Good morning Aber Hauptsache du nur so Tattl rein klickst du kriegen, ne? Ja Warte mal, hörst du Tattl? Nee, b'sch nix Nein, deswegen machst du auch nur so'n Video für dich Lass mich raten, sowas hörst du auch? Oh nein, wo muss der flashen? Geh weg Ich hab 5 Sekunden nur Ja, so Queenie kann man doch nicht sein Doch man Siehst du doch Verpasst euch Nein, die hat nur einen Lid Gut, das hab ich nicht gehört Schäm dich Oder War es nicht sogar bei den Walls dabei? Ja Nein, den hab ich doch gehört In der höchsten Zeremonie Ich muss sagen, Fenerik hat richtig scheiß performt Ja, die haben richtig geintet bei dem Game Kostet dich nur ne Elo Fuck Welche Elo? Die, die du nicht hast? Ich hab Silber Verstürbst Ja, ich bin mittlerweile Silber Ja, und ich bin Silber 2 Ich wollte eigentlich auf Gold, aber Den hab ich irgendwann aufgegeben Ich wollte auch auf Gold Dann hab ich gemerkt Sind die Silberleute kacke Ignite ist drauf Ich komm nicht ran Lol Warum endest du? Warum endest du? Äh Äh Nein Das hat sich noch was nicht getroffen Ich hasse diese Minions Die gefühlt immer nach Vorflächen Die Flächen Stell dir mal vor, die Minions sind auf Flash Stell dir mal vor, die Minions sind auf Flash Stell dir mal vor, die Minions hätten wirklich Flash Und werden so programmiert, alle Skill Shots abzufangen Oh Da war der hier Ne, ich hab da eine Laterne hingeworfen Ja, ne du wärst bei einer Minions gestorben Aber die Mission hat dadurch gebaitet? Irgendwie schon, ja Ich weiß echt noch Warte, soll ich dir mal was sagen? Nein, Elo verloren Easy Was ist Synergy? Irgendwie ist es ja bei uns so wie Synergy eigentlich total, aber spielen so nie Rang Ich spiel gerne Rang nie zusammen Ist irgendwie traurig Weil irgendwie jedes Game, was wir spielen, ist eigentlich immer Lange gewonnen oder Victory Aber eine Spalt ist gleichzeitig Das ist sehr knapp Easy Ich möchte anmerken, alle Tote unseres Teams sind von uns beiden Null Das ist wichtiger Oh, oh mein Gott Halt's ab Halt's ab Halt's ab Halt's ab Halt's ab Nein Was? Ja, ein bisschen Ich bin frei von Mamas Ungelaber Das wirst du niemals ein, Truder Nevermind Das ist richtig Du bist auch nicht auf der Türse Warum hörst du das? Hot 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 WTF what the fuck nein und die und der generische jungler kämpft wieder uns so so wie immer siehst du nicht den zelt hier ja das einfach das hält da kämpft er einfach drin nicht dabei reden ja einfach machen einfach machen ich kann was zu mir drehen einfach machen ja klar dass du dich damit auskennt ich werde mich so ein leben ohne freundin ich habe eine freundin ist nur nicht real warum ok google was machte da die schöne grüße von zera nein also seht ihr was ich da sehe die stand hier und wurde nicht gefokust vom tor bullshit schluck schluck leni hätt's nachgemacht ja kennst du den devon vogel meinst du gardio nein der war noch schlechter als alles andere wie macht er das ok das ist ja unglaublich ich wusste gar nicht dass sowas ein mensch kann wow mein respekt er hat den kill bekommen ok kaiser mit dem auf sache die spielen gerade so schlecht ich bin gerade so schlecht ich kann ihnen auch noch nicht dass erzählt ok was dass du schwanger bist ja das auch schon seit 18 jahren ja ich weiß dass ich fett bin ich dachte westen wir schwanger und dann keine gute combo wird schon magesüchtig geboren das ist richtig cringe ach du scheiße wenn das nicht mal gerade ein guter teamfeld war der war super scheiße mic drop böse musik straßenweb im zirkel ja da siehst du mal wie viel skill ich habe so alles geplant von anfang an und so viel ist es ja mann ich bin halt der beste spieler der welt hat doppel explusion perfect time